Hallo, ich bin Jack. Ich brauche vier Minuten, um OKR zu erklären. Ich freue mich, dass du und deine Kollegen OKR lernen und praktizieren wollt. Wenn ich fertig bin, wirst du OKR verstehen. Danach übernimmt Isabella das Machen. Hallo, ich bin Isabella. Gemeinsam werden wir OKR in die Praxis umsetzen. Ich freue mich darauf, Zeit mit dir und deinen Kollegen zu verbringen. Erwarte, dass wir am Ende ein gutes und echtes OKR für deine Organisation geschaffen haben.